Hello und willkommen zum Lesemonat Dezember 2021. Das heißt, wir bringen das Jahr 2021 zu Ende. Und ihr habt den großen Stapel Bücher am Thumbnail schon gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das jeden Monat immer so eskalieren kann. Aber ich habe tatsächlich auch fünf Bücher gelesen im Dezember. Und es waren 1756 Seiten. Mein Sub lag bei 99 Büchern. Es waren sieben Neuzugänge und damit liegt er bei geschmeidigen 106. Zum Thema Statistik 2021, Tops und Flops gibt es noch ein separates Video. Heute soll es ja um den Lesemonat Dezember gehen. Also meine gelesenen Bücher und Hörbücher. Und die Neuzugänge, ein Currently Reading, erspare ich uns. Weil ich glaube, das Video wird sowieso lang. Und das seht ihr dann einfach im nächsten Video, dann im Lesemonat Januar. Aber jetzt erstmal zurückgebeamt in den Dezember 2021. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, was ich im Dezember begonnen und auch beendet habe, war ein All You Can Read Leserundenbuch. Ich verlinke euch unseren Kanal, unseren Instagram Account immer unten in der Infobox und auch die einzelnen Mädels, die dort dabei sind. Wir haben dieses Mal seit langer Zeit, glaube ich, ja, seit sehr langer Zeit wieder komplett alle zusammen gelesen. Manchmal ist eine nicht dabei oder zwei. Oder es gibt Absplitterungsgruppen, die sich zusammentun, je nachdem, welches Buch es betrifft. Und in diesem Fall hatten wir richtig Lust, im Dezember gemeinsam ein gemütliches, weihnachtliches Buch zu lesen. Und das war dieses hier von Felicity Pickford. Das ist wohl ein Pseudonym, denn die Originalsprache ist Deutsch. Das heißt, es wird eine deutsche Autorin oder vielleicht auch ein deutscher Autor sein, der hier unter Pseudonym schreibt. Genau das habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Das ist im Goldman Verlag erschienen. Vielen Dank für die Rezensionsexemplare an dieser Stelle. Und ja, willkommen im kleinen Grau Hotel, heißt dieses Buch. Und ich meine, die Optik ist ein Traum. Mehr Weihnachten geht wirklich nicht. Hat mich natürlich sofort begeistert. Innen ist auch dieses wunderschöne weihnachtliche Grün. Und der Umschlag außen, also wenn man den Umschlag abmacht, ist dieses weihnachtliche Rot. Also richtig, richtig schön gestaltet. Zwischendurch sind auch so kleine niedliche Zeichnungen, Sterne oder Zweige, all solche Sachen. Also mit sowas kann man mich auf jeden Fall schon mal richtig begeistern. Was die Optik betrifft, super. Die Grundidee der Geschichte ist auch richtig sweet. Hier geht es nämlich um Charlotte. Charlotte ist Kinderbuchillustratorin und lebt in London. Und sie ist ja nicht bettelarm, aber auch nicht wirklich reich. Also sie hat schon offensichtlich Geldprobleme. Und sie bekommt eben vor Weihnachten eine Einladung, eine ganz geheimnisvolle Einladung ins kleine Grand Hotel in den Norden, nach Schottland, auf eine Insel oder Halbinsel. Und dort darf sie die Weihnachtsfeiertage verbringen, auch schon ein paar Tage vorher. Ich glaube, es ist am Ende eine ganze Woche, in der 24th Charming Street, genau, auf der Isle of Sky. Und dort darf sie hinreisen und Gast sein, ganz kostenfrei. Wieso, weshalb, warum sie dort eingeladen wird, das erfährt man hier im Buch, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Und ja, so reist Charlotte, nachdem sie anfänglich natürlich sehr skeptisch ist, dorthin in dieses Hotel und erlebt dort, ja, eine gemütlich schöne Weihnachtszeit. Also die Stimmung war wirklich toll. Das hat die Autorin richtig gut hinbekommen. Ich war richtig in Weihnachtsstimmung, also bin ich sowieso im Dezember und November und Januar und Februar. Diese Szenerie in Schottland, das hat einfach gut gepasst. Das Hotel war sehr luxuriös, aber auch sehr wohlig warm durch die Angestellten. Die waren sehr sweet und ja, das hat einfach eine gute Atmosphäre geschaffen. Also das hat mir sehr gut an dem Buch gefallen. Und auch die Idee, dass Charlotte eben dort eingeladen wird und wieso, weshalb, warum. Das Drum und Dran hat mir auch gefallen. Allerdings hat mir dann ansonsten der Plot nicht so gut gefallen. Man hätte wirklich viel draus machen können. Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte. Die kommt mir in diesem Fall, und das sage ich selten, zu kurz. Ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr tiefere Gefühle. Es ist zwar ein schmales Buch, aber die Autorin hat dafür den Fokus auf eine andere Geschichte nachher gelenkt. Die, ja, also mir hat sie nicht gefallen. Ein bisschen übertrieben war, überspitzt. Man kann dieses Buch so ein bisschen mit diesen Hallmark-Christmas-Movies vergleichen. Kitschig, übertrieben. Und als ich das für mich so, ja, realisiert habe und Ruth hatte das als Beispiel angebracht, konnte ich das auch besser genießen. Aber trotzdem war der Plot einfach nicht gut erzählt. Und auch zu, ich sage mal so, das Thema, was nachher das Finale bildet, ist, ja, also hundertprozentig durchdrungen, haben wir das nicht. Also ich habe es nicht so richtig verstanden. Und ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Und ich hatte auch nicht so viel Lust, es nachzuvollziehen, weil es mich nicht so wirklich interessiert hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, um welches Thema es geht, weil das spoilern würde. Aber irgendwie waren es am Ende drei Sterne. Es war ein gemütliches Buch. Man konnte es gut weglesen. Aber vom Plot her war das einfach nicht meins oder unseres. Wie die anderen das empfunden haben, ob wir uns komplett einig sind oder die anderen das ein bisschen anders gesehen haben, seht ihr in deren Videos, müsste bei jedem im Lesemonat Dezember dabei sein. Und ich möchte euch nur kurz eine Passage vorlesen, dass ihr so ein Gefühl für die Sprache bekommt, die ja meistens wirklich sehr schön gewesen ist. Und so staunte sie über die Liebe, die auf sämtliche Details in diesem Haus verwendet wurde und genoss ihr fürstliches Morgenmal, während wir uns an dieser Stelle dem Nachrichtenwesen des 24th Charming Street zuwendeten. Ihr merkt schon, die Erzählweise ist besonders. Es ist so ein bisschen, als würde ein dritter Erzähler diese Geschichte berichten. Das ist nicht ständig im Fokus, aber immer mal wieder, wie auch an dieser Passage, merkt man, dass so eine Erzählstimme dabei ist. Und das hat so einen Märchencharakter, auch wenn es keinerlei Fantasy-Aspekte hat. Das gleich vorweg, man könnte das ja auch vermuten, aber es hat keine Fantasy-Aspekte. Die Erzählstimme hat mir gut gefallen. Das hat so einen, naja, Märchen-Weihnachtscharakter einfach beim Lesen gebracht. Ich habe es gesagt, drei Sterne, ein süßes Buch. Sicherlich für manche kann das was sein. Probiert es einfach mal aus, wenn es euch vielleicht nächstes Jahr in die Finger gerät. Vielleicht habt ihr es auch geschenkt bekommen. Ich glaube, ich habe es bei einigen gesehen, weil es wirklich so optisch schön ist, dass es auch ein perfektes Geschenk ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Es soll wohl eine Reihe sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ob man eben jedes Jahr in dieses Grau-Hotel zurückkommt und Felicity Pinkford, wer auch immer die Autorin oder der Autor ist. Ja, schreibt da weiter. Mal schauen, was wir davon noch hören werden. Dann gab es im Dezember einen Re-Read, aber als Hörbuch. Ich hatte nur noch einen Thriller in meiner Liste und noch kein neues Guthaben. Hätte eine Woche warten müssen. Oder, ja, habe dann einfach ein Hörbuch gehört, was ich schon mal gehört habe vor zwei Jahren. Und zwar von Beth O'Leary, Time to Love. Nein, Love to Share. So, ihr Erstlingswerk. Und ich hatte im Dezember einfach Lust, ja, keine Lust auf einen blutigen Thriller, sondern Lust auf eine wohlig, gemütliche Liebesgeschichte. Und das hat einfach Beth O'Leary drauf mit diesem Buch. Das ist so schön. Es geht ja ja um Leon und Tiffy. Und ich glaube, die meisten kennen es mittlerweile. Deswegen halte ich mich kurz. Die in London sich, ja, eine WG, also ein Bett teilen, eine Wohnung teilen. Und zwar so richtig teilen. Leon arbeitet nachts in einem Hospiz. Und Tiffy arbeitet in einem Bürojob vormittags oder tagsüber, nicht nur vormittags. Die beiden kommen sich über Post-its näher und es passiert ganz, ganz viel. Also wirklich eine richtig schöne erwachsene Liebesgeschichte, die mir sehr gut gefallen hat, damals schon. Und deswegen hatte ich einfach Lust, es nochmal zu hören. Habe ein paar neue Aspekte mir wieder ins Gedächtnis gerufen, ja, die einfach verloren gegangen sind. Auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass ich das gelesen oder beziehungsweise auch damals gehört habe. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und ja, deswegen an dieser Stelle kurz erwähnt, dass ich Time to Love re-readed habe. Dann ist im Dezember ja immer auch Zeit der Adventskalender. Ich hatte einen Exit-Adventskalender, einen mit Schokolade. Und ich hatte mir im letzten Jahr noch, also vorletzten, weil jetzt ist schon 2022, das ist verwirrend. Also Ende 2020 hatte ich mir ein Adventskalenderbuch in der Buchhandlung gekauft, was mich einfach optisch angesprochen hat. Und wenn ich es euch zeige, werdet ihr wissen, warum. Es war ein Pinguin drauf. Pinguin allein zu Hause von Anna Kirsch. Adventskalenderbuch mit 24 eiskalten Krimis. Und ja, ich habe mir gedacht, das klingt ganz niedlich. Das hole ich mir für 2021. Und ich habe auch jeden Tag darin gelesen oder auch mal zwei Geschichten hintereinander, wenn ich einen Tag nicht dazu gekommen bin. So, die Aufmachung finde ich schön. Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Es ist ganz hübsch aufgemacht. Und die Idee, dass man die Tage so aufklappt, also wenn man jetzt hier den vierten Tag hat, sieht man den Text noch nicht, sondern klappt hier die Geschichte auf. Und mehr Text ist es pro Tag auch nicht. Es gab eine Geschichte, die sogar ein bisschen länger war. Die wurde auf zwei Tage aufgeteilt. Also das schafft man wirklich innerhalb von drei, vier Minuten am Tag zu lesen. Ja, das ist das Positive. Hinten steht drauf, vom Südpol weht ein eiskalter Wind und beschert Krimi-Fans einen Mordspaß für die Vorweihnachtszeit. Hinter 24 Ausklappseiten verbergen sich gestohlene Plätzchen, gefährliche glatte Straßen, neugierige Nachbarn und weiterer hochkrimineller Zündstoff. Eine spannende und amüsante Adventszeit steht vor der Tür. Ja, es steht hinten nicht drauf, dass es hier um Tiere geht. Aber ich verstehe einfach nicht, warum man dieses Cover gewählt hat. Denn die Krimi-Geschichten handeln nur von Alltagssituationen, ausschließlich von Menschen, die sich gegenseitig umbringen. Hass, Vergeltung, Rache, Mord, Auftragsmord, all das ist hier vereint. Ziemlich platt geschrieben. Es sind keine Krimis, wo man jetzt miträtseln kann, sondern man weiß eigentlich auch teilweise recht schnell, worauf es hinausläuft. Nicht sonderlich kreativ geschrieben. Die Ideen, die die Autorin hier hat, ja, okay. Wenn man die zu Weihnachten hat, Prost Mahlzeit. Ja, ich hoffe, es geht mit ihrer Familie nicht so um. Aber gut, das sind Krimis. Aber da kann man jetzt nicht immer darauf schließen, dass der Autor, die Autorin solche Gedanken wirklich hegt. Aber die waren einfach so schlecht geschrieben. Ich konnte dem Buch nur einen Stern geben. Das ist das Mindeste, was man bei Goodreads vergeben kann. Und den vergebe ich einfach für die Aufmachung, weil die Idee grundsätzlich ist ganz schön. Ich glaube, es gibt vom Koppenrat noch andere solcher Adventskalenderbücher. Ich weiß aber nicht, mit welchem Inhalt. Von dem würde ich euch abraten. Es ist wirklich schlecht. Also, ich glaube, es gab eine Geschichte, die ich so ein bisschen kreativ, sarkastisch, schwarzer Humor, soll hier wohl ein Thema sein, aber das kam einfach bei mir nicht an. Es war weder witzig noch wahnsinnig innovativ oder es hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Es war leider sehr schade. Es wird wieder ausziehen, denn das Buch werde ich nicht bei mir behalten. Das werde ich nie nochmal lesen, auf keinen Fall. Das würde ich jetzt auch niemandem schenken, weil ich es so grottenschlecht fand, dass ich das dann nicht weiter verschenken möchte oder weitergeben möchte. Ich habe es ja gekauft. Deswegen wird es ausziehen irgendwo bei Rebuy landen oder im sozialen Kaufhaus. Mal schauen. Aber das war leider ein Satz mit X. Das war gar nix. Und ja, ich habe ein paar andere Rezensionen gesehen, dass auch ganz viele sich davon haben irritieren lassen, dass hier vorne so eine einigermaßen niedliche Szene drauf ist, auch wenn hier natürlich schon ein Mord geplant wird vom Eisbären und der Robbe. Was schon mal unsinnig ist, denn Eisbär und Pinguin treffen sich ja nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Das war nix. Ich möchte auch gar nicht zu lange drüber sprechen, weil es war Müll. Was allerdings nicht Müll war, wozu ich aber auch nicht viel sagen kann, war der siebte Band der Harry Potter-Reihe And the Deathly Hollows. Und ja, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Harry Potter habe ich nach 15 Jahren rereadet in den letzten zwei oder drei Jahren. Ich bin mir gar nicht so genau sicher, wie lange ich da jetzt dran gelesen habe. Und die letzten Bände habe ich mit Ruth und Carly zusammen gelesen. Und es war so ein schöner Reread. Zum einen, weil ich vieles nicht mehr wusste, besonders aus den Büchern. Also es ist komplett überlagert von den Filmen. Und so habe ich auch ganz viel Neues wiederentdeckt. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich finde, J.K. Rowling schreibt einfach, hat diese Reihe unfassbar gut geschrieben, hat die ganzen Fäden am Ende zusammengefügt, ohne dass es gewollt wirkt. Also ein Meisterwerk meiner Meinung nach. Und ich habe es so, so gerne gelesen. Und das war natürlich jetzt nochmal der finale dicke Klopper hier. Und diese Ausgaben sind so wunderschön. Das sind die englischen Hardcover. Und ich bin sehr froh, dass sie jetzt in meinem Regal alle stehen und alle nochmal gelesen sind. Was ich mir vorgenommen habe, wenn ich erst vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, also 23, 24, irgendwann re-readen werde, dass ich mir die deutschen Hörbücher mal anhöre. So viele schwärmen ja von Rufus Beck. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr die Hörbücher auch gehört habt. Und ich habe sie jetzt ja zweimal auf Englisch gelesen. Habe ich richtig Lust, das mal auf Deutsch zu hören, weil es auch so unfassbar gut sein soll. Und ich habe auch richtig Lust, Hagrid's Hütte weiterzuhören, den Podcast. Den höre ich immer mal so phasenweise weiter. Die sind in meiner, ja so weit wie ich bin, glaube ich, am Anfang des dritten Bandes. Ich weiß nicht, sie sind, glaube ich, mittlerweile schon beim vierten, vielleicht sogar fünften. Aber das ist zum Beispiel ein Podcast, der super viel Spaß macht. Und ich war voll in der Harry-Potter-Welt wieder drin. Und das war richtig, richtig schön. Ein weiteres Buch, was kein Misserfolg war, wozu ich aber nicht so viel sagen werde. Denn es wird ein separates Video zu diesem ganzen Projekt geben. Und einige wissen es jetzt vielleicht. Ich werde euch aber das Buch, was ich im Dezember gelesen habe, trotzdem an der Stelle zeigen. Die anderen fünf Bücher sind noch geheim. Am 14. Januar, also Mitte Januar, kommt das Video online zu dem Mystery-Buch-Projekt. Da erkläre ich das nochmal alles. Maike und Anja von den Bookfriends haben auch mitgemacht. Und drei Zuschauerinnen. Wir haben uns Bücher immer so im Kreislauf weitergeschickt, sodass ich fünf unterschiedliche Bücher letztes Jahr gelesen habe und darüber einen Vlog gemacht habe. Dieses Video kommt online. Das Buch, was ich auf Reisen geschickt habe und was für November, Dezember dann wieder bei mir angekommen ist, war dieses hier. Eine absolute Subleiche. Eines der ältesten Subbücher. Deswegen taucht es bei der Rache des Sub, oder ist es bis jetzt, glaube ich, noch nicht aufgetaucht, weil es weit davor schon bei mir eingezogen ist. Und zwar war das mal ein, ich weiß gar nicht, ein Mängelexemplar? Nee, ich glaube. Aber das war so ein Spontankauf. Vielleicht war es auch von Rebuy, ich habe keine Ahnung. Von Gabriele Zevin, Die Widerspenstigkeit des Glücks. Und jetzt ist es endlich gelesen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Mein eigenes Buch hat mir gut gefallen. Wie mir die anderen gefallen haben, das seht ihr dann in dem separaten Video. Es tut mir übrigens leid, die Lichtverhältnisse sind heute eine Katastrophe, obwohl ich die Softbox anhabe. Aber ich filme immer im Wohnzimmer und da habe ich eine Fensterfront von zwei Seiten. Und ich habe schon alles dicht gemacht. Aber mal kommt die Sonne, mal kommt der Schatten. Es ist schwierig heute. Die Widerspenstigkeit des Glücks. Genau. Hier geht es um AJ. AJ lebt auf einer kleinen Insel. Ich glaube, es spielt in England. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das ist eigentlich auch egal, denn es spielt auf einer Insel. AJ ist Buchhändler, hat einen kleinen Buchladen auf der Insel. Und er ist so ein richtiger Grumpy-Typ am Anfang des Buches. Und wir erfahren auch, wieso, weshalb, warum, was ihm zugestoßen ist, was passiert ist. Und er, jetzt muss ich schauen, was hinten drauf steht, damit ich nicht zu viel erzähle. Ja, er auf einmal sitzt die zweijährige Weise, Maya, in seinem Buchladen. Und ja, gegen seinen Willen stiehlt sich dieses Kind in sein Herz. Es geht auch noch, ja, es passiert noch eine Liebesgeschichte mit AJ, das ist durchaus wichtig, aber es ist kein Liebesroman. Es ist die Geschichte rund um AJs Leben, was dort passiert und auch die Nebencharaktere, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Obwohl der Schreibstil relativ sachlich ist. Das passt zu AJ auch. Also es ist nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber man beobachtet fast die ganze Zeit AJ und was er so erlebt. Und es gibt einen Spannungsbogen, es wird am Ende auch noch was aufgeklärt, was ich sehr gut gelöst fand. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Vor allen Dingen, weil es super viele Buchverweise gibt. Am Anfang jedes Kapitels schreibt AJ für Maya so eine Kurznotiz zu einem Buch, einem Werk, was es auch wirklich gibt. Wieso, weshalb, warum er das empfiehlt und so weiter. Das hat mir gut gefallen. Und in der Geschichte selber, dadurch, dass er eben Buchhändler ist, gibt es immer mal wieder Verweise auf existierende Bücher. Die sind hier unten im Cover. Das ist mir dann aufgefallen. Übrigens auch alle genannt. Das fand ich sehr cool gelöst vom Verlag, dieses Cover so zu wählen. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil, ja, wer gerne viel liest, also ich weiß nicht, wie es euch ergibt, schreibt mir sehr gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das auch so gerne mögt, wenn Bücher in Büchern erwähnt werden. Und das passiert hier schon relativ häufig, aber nicht unangenehm oft. Und mal eine kleine Notiz von AJ, damit ihr so ein Gefühl bekommt für den Schreibstil, der aber nicht die ganze Zeit blumig ist, eigentlich relativ sachlich. Offenbar bin ich jetzt in mittleren Jahren zum Softie geworden. Aber mein späteres Verhalten zeigt auch, dass es wichtig ist, bestimmten Erzählungen in genau dem richtigen Lebensalter zu begegnen. Denkt daran, Maya. Das, was uns mit 20 gefällt, ist nicht notwendigerweise das, was uns mit 40 anspricht. Und umgekehrt. Das gilt für Bücher und auch fürs Leben. Man bekommt also von AJ auch ein paar Weisheiten mit ans Herz gelegt. Und ich habe ja hier ein Notizbuch, wo die Mädels reingeschrieben haben, wie ihnen das gefallen hat. Das lese ich nicht vor. Das würde den Rahmen sprengen. Das habe ich einfach sehr gerne gelesen. Und noch ein bisschen mehr ins Detail gehe ich dann in diesem separaten Video Mitte Januar. So, das waren die fünf gelesenen und gehörten Bücher. Kommen wir also zu den sieben Neuzugängen. Wie konnte das passieren? Es sind, doch, es sind auch Geschenke dabei. Aber zu Weihnachten direkt habe ich nur von Ruth etwas geschenkt bekommen. Und zwar haben wir uns dieses Jahr wieder bewichtelt. Und deswegen möchte ich auch da gar nicht so näher ins Detail gehen. Denn da schaut, da verlinke ich euch mal das Wichtel-Unpacking, was wir alle Zeit gleich an Weihnachten hochgeladen haben. Und da habe ich von Ruth einmal eine Weihnachtsgeschichte bekommen. Da weiß ich noch nicht, ob ich das diesen Winter noch lese, weil das auch ein recht dünnes Buch ist. Oder ob ich mir das für nächstes Jahr, November, Dezember, aufhebe. Gustavsons Jule von Lars Simon. Eine schwedische Weihnachtsgeschichte. Ein märchenhaftes Weihnachtsfest in den tief verschneiten Wäldern Schwedens. Klingt sehr, sehr gut. Klingt richtig gemütlich. Und ein Buch, was mir jetzt bei den ganzen Jahresrückblicken auf YouTube, auf Booktube schon sehr oft begegnet ist. Und viele, ich glaube, alle haben das gefeiert. Das ist auch mehr beinhaltet, als was hinten draufsteht. Die verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins. Hier geht es um eine fiktive Welt, wo Buchbinden quasi verboten ist. oder eine ganz besondere Macht damit einhergeht. Und zwar können den Menschen Erinnerungen genommen werden. Also das, was sie in die Bücher schreiben, verschwindet dann aus deren Gedächtnis. Wenn ich das richtig verstehe. Und hier geht der junge Emmett bei einer Buchbinderin in die Lehre und lernt diese Macht scheinbar. Ich bin sehr gespannt, was es genau mit diesem Buch auf sich hat. und ich finde diesen Buchschnitt so schön. Aber das habe ich im Video schon erwähnt, was ich euch ich glaube hier verlinke mindestens mal in der Infobox. Dann habe ich einen Spontankauf, also Kauf in Anführungszeichen bei Tauschticket getätigt und so einen Schnapper gemacht. Ich hatte das Buch schon auf der Wunschliste für den nächsten Quartalskauf oder übernächsten Quartalskauf und habe es dann wie gesagt in der Büchergilde Ausgabe bei Tauschticket gefunden für sage und schreibe ein Ticket. Ich bin der Meinung, es war ein Ticket, maximal zwei, aber ich glaube, es war wirklich nur ein Ticket. Ich war super skeptisch und dachte, ich bin mal gespannt, was da hier ankommt. Entweder war der oder demjenigen nicht bewusst, was es für ein Wert in Anführungszeichen ist, weil die Bücher, die Bücher sind ja durchaus etwas hochpreisiger oder derjenige wollte das nicht so teuer weggeben, aber es ist egal. Ich habe zugeschlagen. Ich weiß nicht, wann ich es lesen werde, aber ich habe es hier in einer sehr schönen Ausgabe. Es ist ein ziemlich dickes Buch, aber wenn es gut ist, dann ist es auch eine schöne Sache, wenn man lange was davon hat. Thomas Mullen Darktown und ich lese euch mal vor, was hinten auf dem Klappentext draufsteht. Es ist wie gesagt in der wunderschönen gebundenen Büchergilde Ausgabe mit Lesebändchen. Ich würde sagen, es ist einmal gelesen, weil es so ein bisschen schief gelesen ist, aber ansonsten tippie, toppie, erhalten. 1948 stellt das Atlanta Police Department die erste Einheit farbiger Polizisten in seiner Geschichte auf. Lucius Box und Tommy Smith gerade erst aus dem Krieg zurückgekehrt, gehören dazu. Als eine junge farbige Frau tot aufgefunden wird und der Fall niemanden weiter zu kümmern scheint, machen sie sich auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit. Thomas Mullen erzählt zutiefst bewegend von einem gespaltenen Amerika, in dem der Rassismus bis heute fortbesteht. Ein gleichermaßen fesselnder Kriminalroman wie auch ein grandioses Gesellschaftsporträt. Es klang einfach richtig gut, es klingt spannend und ich hoffe, der Schreibziel ist so gut, dass ich da durch die Seiten fliegen werde, wenn ich dazu greife. Jetzt bin ich einfach sehr froh, dass ich diese wunderschöne Büchergildeausgabe bei Tauschticket ergattern konnte. Ein ebenfalls gebrauchtes Buch ist der nächste Neuzugang und das habe ich bei Rebuy erstanden, zur Hälfte des Preises circa, denn es ist ein Hardcover und ich glaube, es kostet neu 20, 25 Euro und das ist einer sehr guten Ausgabe und aus sehr guter Zustand. Ich habe es schon eingeteilt. Hier sieht man die Zettelchen und zwar ist es Stephen King Mind Control, der dritte Band der Mr. Mercedes Reihe und ich dachte erst, ich finde es nicht so schön, weil die anderen beiden Hardcover Ausgaben sind so schwarz-weiß mehr und hier ist halt dieses knallige Orange dabei, aber diese blauen Fische, das sieht aus wie so ein Röntgenbild. Ja, irgendwie finde ich es ziemlich cool. Auf jeden Fall, der dritte Teil der Mr. Mercedes Reihe, die ich ja dann komplett mit dem wunderbaren Basti von Billetristig Basti gelesen habe und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze enden wird. Wir treffen hier wieder auf Bill Hodges und auf andere altbekannte Leute und ich freue mich jetzt schon riesig, wenn das so gut wird wie die ersten beiden Bände, dann wird das ein fulminanter Buddy Read und ein großartiges Buch, auch wenn ich sonst mit Stephen King so meine Problemchen habe, Problemchen habe. Die ersten beiden Mr. Mercedes Bücher, also Mr. Mercedes und Finderlohn, Band 1 und Band 2, großartig. Haben mir beide sehr gut gefallen, mir hat tatsächlich der zweite Band sogar noch einen kleinen Tucken besser gefallen. Ich glaube, dem ersten habe ich vier Sterne gegeben, dann viereinhalb. Vielleicht wird das hier ein Fünf-Sterne-Kandidat. Schauen wir mal. Also wie gesagt, es geht, heute ist der dritte, erste, es wird eventuell morgen losgehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend schon Zeit dafür haben werde, denn ich drehe Videos und gehe noch essen. Aber dann, Basti, geht's los und ich freue mich auf unseren Austausch, auf unsere kleinen Podcasts, die wir uns ja so gerne hin und her schicken, wenn wir zusammen ein Buch lesen. Ich freue mich einfach riesig. Deswegen ganz kurz hier der Neuzugang, das wird im Januar gelesen, vielleicht bis in Februar, je nachdem, wie schnell wir durchkommen und dann werdet ihr meine Meinung dazu hören in einem folgenden Video. Dann hatte ich euch am 2.1. ein Video online gestellt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt unbedingt vorbei. Es ist ein kurzes Video, aber es hat total viel Spaß gemacht, das zu schneiden und zu besprechen. Es ist nämlich eine Bücherschranktour durch Hannover. Ich war mit einer Freundin einen Samstag lang im Dezember unterwegs bei strahlendstem Sonnenschein, richtig kalter Luft, also ein perfekter Dezembertag und wir haben Sightseeing durch Hannover gemacht, weil sie mich besucht hat und das anhand von Bücherschränken. Das hat richtig viel Spaß gemacht, denn sie ist so eine richtige Stöberkatze. Sie hat einen Riesenstapel von Büchern mitgenommen. Das seht ihr in dem Video und die Bücher, die ich mitgenommen habe, besprechen wir jetzt hier ganz kurz. Ich glaube, in dem anderen Video habe ich gesagt, ich erzähle dann im Lesemonat was dazu oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Das einzige Buch, was ich aus einem Bücherschrank mitgenommen habe, ist dieses hier. Das war tatsächlich im letzten oder vorletzten. Ich hatte noch ein anderes Buch in der Hand, das seht ihr da in dem Video, aber das war vom Zustand her nicht so lecker. Da muss man natürlich auch Glück haben. Ich muss aber sagen, die Bücherschränke in Hannover sind schon sehr gut gepflegt und werden auch von der Stadt gut verwaltet oder von den Freiwilligen, die das machen. Das Schneemädchen von Eowyn Ivy habe ich mitgenommen. Ich glaube, hier geht es genau um ein kinderloses Paar, die sich eigentlich ein Kind wünschen und dann bauen sie im Winter, in Alaska spielt das, ein Kind aus Schnee und tags darauf entdecken sie zum ersten Mal das feenhaft blonde Mädchen zwischen den Bäumen am Waldrand. Woher kommt das Kind? Wie kann es allein in der Wildnis überleben und was hat es mit den kleinen Fußbrunnen auf sich, die von Mabels und Jacks Blockhaus wegführen? Ich glaube, es hat eine fantastische Komponente. Spielt ihr in den 20ern, wie gesagt, im verschneiten Alaska und ja, ich schaue mal, ob ich das jetzt noch im Januar, Februar lese, März, der Winter ist ja noch, der hat ja eigentlich erst so richtig angefangen. Ich hoffe auch noch viele schöne, kalte, verschneite Tage. Das würde mich sehr freuen, so wie im letzten Winter. Da gab es ja einige richtig knackig kalte Tage mit Sonnenschein und viel Schnee. Das wäre so die perfekte Zeit, sowas zu lesen. Aber ich schaue mal, ob ich das noch schaffe. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, denn es ist auf meiner Wunschliste gewesen. Ich habe mir ja vorgenommen, wenn ich spontan Bücher kaufe, irgendwo entdecke, in dem Fall eben im Buchschrank, im Bücherschrank, dann nehme ich es nur mit, wenn es von meiner Wunschliste ist. Deswegen ist eben aus den Bücherschränken tatsächlich nur ein Buch bei mir eingezogen. Zwei andere tolle Bücher habe ich entdeckt, die habe ich aber schon gelesen und meiner Freundin angedreht. Das seht ihr aber in dem Video. Und dann waren wir aber noch in der normalen, Anführungszeichen, Buchhandlung bei Leuenhagen und Paris. Da habe ich nichts gekauft. Ich war sehr standhaft an dem Tag, was das betrifft. Und meine Standhaftigkeit hatte sich dann in Luft aufgelöst, als ich im sozialen Kaufhaus war. Da habe ich vier Bücher mitgenommen. Zwei davon habe ich verschenkt. Das war schon so geplant. Aber zwei sind bei mir geblieben. Auch von der Wunschliste. Von Luise Penny, Das Dorf in den Roten Wäldern. Der erste Fall für Gamache. Das ist ein Krimi. Und ich sehe gerade, ich muss den Klebier noch wegmachen. Für 3,80 Euro. Das ist tatsächlich für das soziale Kaufhaus einer der höherpreisigen Buchpreise. Höherpreisigen Buchkostenpreis. Ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem, 3,80 Euro. Es ist gelesen. Es hat Leserillen. Das stört mich tatsächlich nicht. So ein bisschen schief gelesen. Das passiert ja automatisch. Aber mir ist viel wichtiger, dass die Seiten in Ordnung sind. Dass es nicht müffelt, nicht irgendwie klebt oder so. Und ich sehe jetzt auch, hätte ich mal eher gucken sollen. Mir hat nämlich eine Abonnentin oder eine Zuschauerin unter dem Bücherschrank-Video geschrieben, dass es schon sehr viele Fälle davon gibt, die raus sind. Also ich dachte, das wäre ein Erstlingswerk, was 2019 oder 2020 rausgekommen ist. Aber Copyright 2005. Ah, der Kampa Verlag hat 2019 angefangen, das nochmal zu verlegen. Aber im Original ist es aus 2005. Es gibt nämlich schon diverse Bücher von diesem Ermittler. Und es soll besonders sein, es soll anders sein. Und wow, diese Cover. Ich hoffe, mir gefällt es so gut, dass ich Lust habe, die Reihe weiter zu verfolgen. Ich muss mal schauen, dass ich Reihen beende oder aktuell halte. Aber es würde mich freuen, mal wieder so eine richtig tolle Schmückereihe zu bekommen, auch wenn das meinen Supp nicht freuen würde. Aber ich habe so im Moment das Gefühl, dass es eh ein Buch ist, was ich erst im Herbst lesen werde. Mal schauen. Der Supp ist groß, aber es war auf meiner Wunschliste und bei 3,80 Euro musste ich zuschlagen. Und diesen Klebe muss ich gleich abmachen. Ach so, ich habe euch gar nicht gesagt, worum es geht. In dem charmanten Dorf Three Pines mitten in den kanadischen Wäldern kennt jeder jeden und man kann auf seinen Nachbarn zählen. Die Idylle wird je zerstört, als an einem leuchtend klaren Herbsttag die Leiche von Jane Neal gefunden wird, getötet durch einen Pfeil. Es kann sich nur um einen Jagdunfall handeln, denn wer hätte einen Grund gehabt, die pensionierte Lehrerin umzubringen? Amon Gamache, Chef der Mordkommission von Montreal, muss die Sache aufklären, damit der Dorffrieden wiederhergestellt wird. Dabei wird er nicht nur den Mörder finden, sondern auch Freunde wie die Buchhändlerin Myrna, die schrullige Dichterin Ruth oder Gabrielle und Olivier, die die Pension im Dorf führen. Und Gamache schließt Three Pines bei seinen Ermittlungen so sehr ins Herz, dass aus dem Tatort ein Sehnsuchtsort für ihn wird. Das klingt so gut, es klingt nach einem Cozy-Krimi. Spannend. Montreal steht dieses Jahr auf meiner Reiseliste. Ziemlich fest. Vielleicht lese ich es doch noch vor dem Herbst, vor dem Urlaub. Oder direkt nach dem Urlaub, um halt die Orte vielleicht wiederentdecken zu können, wobei es ja, er kommt ja aus Montreal, Three Pines, ist ja wahrscheinlich ein fiktives Örtchen, aber wenn man mal in der Gegend war zum Indian Summer, könnte ich mir vorstellen, dass danach das Lesen noch ganz besonders ist. Ich schau mal. Ihr könnt mir sehr gerne mal schreiben, ob ihr die Reihe kennt, ob ihr auch mehr als so den ersten Band gelesen habt, weil es gibt mittlerweile zehn, vierzehn. Fälle 13 und 14 sind bereits erschienen, weitere Fälle in Vorbereitung. Wie viele hat die gute Frau schon geschrieben? Muss ja sehr, sehr erfolgreich gewesen sein, sonst hätte sie nicht so viele Bücher schreiben dürfen. Und ein weiteres Buch habe ich im sozialen Kaufhaus mitgenommen für 2,50 Euro. Ich habe es schon wieder rausvaliert. Es war auf jeden Fall für 2 Euro. Hier hinten ist auch noch mal so ein Preisschild drauf. Wahnsinnig günstig. Für ein sehr gut erhaltenes Hardcover von Anne Geesthüsen. Wir sind doch Schwestern. Und ich hatte mir von der Autorin ein anderes Buch bei der Lesung mitgenommen, nämlich das aktuelle Wir sind doch wer? Und daraus hatte sie vorgelesen und das fand ich einfach, ja, es hörte sich so gemütlich an und vom Schreibstil her witzig und schön, dass ich hoffe, mir gefallen ihre anderen Bücher auch. Das hatte mich auch angesprochen. Das ist, glaube ich, ihr erstes Buch. Da geht es um 3 Schwestern, 3 Leben, 3 Lieben und das Porträt eines Jahrhunderts. Sie wurde da inspiriert von ihren Tanten, bin ich der Meinung. Und ihre Lebensgeschichte hat sie dort mit verwoben. Und ich fand sie so sympathisch bei der Lesung, leider, dass ich ein Buch kaufen musste. Und dann waren die anderen Bücher auch auf meiner Wunschliste gelandet. Hauptsächlich eben dieses. Ja, für 2 Euro im Hardcover. Leute, der Sub freut sich. Er wird immer fetter. 2022 wird er endlich reduziert. Ich versuche weniger Bücher zu kaufen oder einfach dieses soziale Kaufhaus zu meiden und Bücher schränke und mich von Büchern fernzuhalten, außer von meinen eigenen. Ja, aber bei 2 Euro konnte ich nicht Nein sagen. Genauso nicht Nein sagen konnte ich bei einem Kindle-Deal-Buch, was ich zufällig entdeckt habe. E-Books zählen ja nicht für den Sub bei mir, weil sie keinen physischen Platz wegnehmen. Das ist so meine eigene kleine Regel. Aber für 1,99 Euro habe ich im Kindle-Deal. Schaut mal, wahrscheinlich ist es da nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, dann immer nur eine Woche oder manche nur einen Tag von Judith Merchant-Schweig. Und die Autorin hat auch Atme geschrieben. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Aber von dieser Autorin habe ich letztes Jahr, also 2021, so, so, so viel gehört. Ich weiß, Michael feiert die Bücher sehr. Und da habe ich mir gedacht, für 1,99 Euro packst du dir das mal auf den Kindle, den nächsten Urlaub, wo du kein Buch mitnimmst, sondern eben nur den E-Reader oder eben das iPad vielleicht auch nur, der wird kommen. Der wird ganz sicher kommen und dann liest du das. Also, bei 1,99 Euro konnte ich nicht Nein sagen. Und wie gesagt, es ist ein digitales Format und das hat immer Platz auf meinem Kindle. Dann komme ich noch ganz schnell zu Filme und Serien. Da kann ich euch sagen, wir haben Seven vs. Wild beendet. Oh mein Gott, was für eine grandiose YouTube-Serie. Sieben Menschen, also real, keine, keine fiktive Geschichte, sieben Menschen, die in der Einsamkeit Schwedens einzeln getrennt voneinander ausgesetzt werden und dort mit sieben vorher gewählten Gegenständen oder auch weniger überleben müssen, sieben Tage lang. Sie kriegen auch Challenges, zum Beispiel mal einen Fluss bauen oder Feuer machen ohne Zusatzhilfsmittel und ja, bauen sich da ihre eigene Unterkunft und überleben, suchen Essen und Leute, das war so spannend, also wer Fritz Meineke noch nicht kennt und ja, das irgendwie ansprechend findet. Ich habe jetzt seinen Kanal auch nicht abonniert, dass ich irgendwie mir jetzt ständig Survival-Videos angucke, aber diese Reihe Seven vs. Wild ist einfach grandios gewesen, es hat so viel Spaß gemacht, war super spannend, lehrreich. Wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, es war auf YouTube in aller Munde, schaut vorbei und The Witcher. Staffel 2 ist auch beendet, fand ich auch sehr gut. Ich komme gerne durcheinander mit diesen handelnden Personen und Magie und High Fantasy, lesen kann ich sowas ja gar nicht, aber ich habe es sehr gerne geschaut und mit etwas Unterstützung und Nachhilfe habe ich dann auch die Inhalte verstanden, aber ich fand es sehr cool. Doch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Selten war ich bei einer Geschichte, bei der ich so viele Businesslücken habe, so fasziniert, das zu schauen. Bei Game of Thrones ging es mir nicht so, das war irgendwie string, obwohl es auch sehr komplex ist, von Anfang an ein bisschen stringenter, in der Erzählweise. Mag auch sein, weil die erste Staffel von The Witcher so wirr war, man aber die Sachen wissen muss, um den Rest jetzt zu verstehen. Ja, ich glaube, selbst meine Erklärung ist wirr. Aber genau, das noch dazu, zu Serien. Currently Reading spare ich mir, das seht ihr dann im nächsten Lesemonat, was ich im Januar gelesen habe. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was ihr im Dezember zum Jahresende gelesen habt. Habt ihr nochmal richtig durchgestartet? Seid ihr durchgestartet, weil ihr frei hattet und auch, ja, Freizeit? Oder hattet ihr so viel familiäre Verpflichtungen und Besuche und Spazierengehen, Geschenke, Last Minute noch besorgen, dass ihr gar nicht zum Lesen gekommen seid? Das berichtet mir gerne mal in den Kommentaren, wie euer Lese-Dezember so war. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten, der nächsten Videos. Und, ja, viel Spaß dabei, mehr jetzt gar nicht zu sagen. Tschüss! 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 Vielen Dank.